Einen schönen guten Abend zusammen. Tja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich bin gerade sprachlos, aber es ist bald schon wieder Weihnachten. Ey, Geschenke kaufen und der ganze Scheiß, aber trotzdem alles Gute zum ersten Advent. Ich war hier gerade in diesem Hotel. Ey, die haben so eine geile Weihnachtsdeko. Ich kann dir sagen, wenn du einen richtig schönen Weihnachtsbaum haben willst, dann... Dann pack deinen Stern aus. Und dann wirst du sehen, dass du keine Christbaumkugeln brauchst, kein Lametta, das alles Quatsch vergiss ist. Du brauchst nur... So einen Stern. Das ist alles. Ganz einfach. Einen Baum brauchst du natürlich auch, aber da kannst du einfach am Wegesrand gucken. Da hinten ist ein richtig guter. Ich muss nur gucken, wie ich den ins Auto kriege, aber da hilft mir sicher ein Hotelmitarbeiter. Ey, die sind hier richtig nett. Ich kam da vorne rein und gucke wie so ein kleines Kind und sehe einen Baum mit einem wunderschönen Stern. So einen hätte ich auch gern. Da holt er ein Geschenk und sagt, hier pack deinen Stern aus. Der ist jetzt aber nicht geschenkt. Oh doch. Pack deinen Stern aus. Ich stelle mir gerade vor, wie das aussieht mit dem Stern. Auf der schönen Tanne da hinten. An der Spitze. Weihnachten, das Fest der Vergebung. Deutschland 2023.